An alle Einbrecher! Mein Haus ist wieder auf dem neuesten technologischen Stand! Ihr kommt zur Tür rein. Dadurch rollt eine Orange über ein Keyboard und ich werde gewarnt. Am Boden taktische Ausrutschwalnüsse. Fällt mit dem Kopf auf den Rucksack. Im Rucksack ein Waffeleisen. Sofortige Gehirnerschütterung. Steht wieder auf. Nun werdet ihr von meinem Kumpel Mehmet erschreckt. Am Boden ein Gespensterbuch. Wenn ihr das liest, bekommt ihr Angst. Jetzt fliegt eine Axt auf euch zu. Und dann müsst ihr gegen meinen Spider-Bro Wolfgang kämpfen, der durch einen Energydrink immer wachsam ist. Und selbst wenn ihr das alles überstanden habt, dann habt ihr es mit mir zu tun. Ich bin ein Spinne!